Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Runde, nein, nicht so richtig heute. Leute, ich brauche eure Hilfe, denn Rocket League ist verdammte Kopfsache. Die neue Season in Rocket League hat so super begonnen, ich war sogar zwischenzeitlich einmal Champion 2, aber dann habe ich ein Spiel verloren, noch ein Spiel verloren und drei, vier in Folge verloren und irgendwann war mein Selbstbewusstsein einfach weg und da brauche ich eure Hilfe, um wieder rauszukommen. Ihr kennt das vielleicht, man verliert und irgendwann denkt man halt einfach, oh, soll ich auf den Ball draufgehen oder lieber doch ein bisschen warten und gucken, ob ich vielleicht eine bessere Chance habe, den Ball zu erwischen, als einfach jetzt draufzufahren. Es ist einfach das komplette Selbstbewusstsein weg und das Momentum ist weg und man fragt sich so, warum klappt es einfach nicht mehr? Ich zeige euch gleich eine Runde aus der neuen Season und bitte schickt mir da unbedingt mal lange Nachrichten mit euren Verbesserungsvorschlägen und auch vor allem mit euren Methoden, wie ihr aus so schlimmen Situationen, aus so einer Phase wieder rauskommt. Ich habe da auch ein bisschen eigenes Kommentar mit reingepackt, damit ihr auch wisst, um welche Szenen es genau geht und was ich halt meine mit das Selbstvertrauen ist weg. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich habe einen neuen Partner, G2A. Dort kannst du Spiele- oder Guthabenkarten zu richtig günstigen Preisen kaufen und Hardware-Produkte wie zum Beispiel Mäuse oder Controller gibt es dort auch. Mit dem Gutschein-Code AnyArt bekommst du übrigens 3% Cashback. Link ist in der Beschreibung, check ihn gerne ab. So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Season zum neuen Rocket Pass. Und Leute, wie habt ihr euch eingerannt? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich war zwischenzeitlich einmal Champion 2. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. War wohl ein Fehler vom Spiel. Hallöchen, Necor. Hallo. Der Ball ist für dich. Nein, leider nicht. Ja, ich konnte ihn durchdrücken. Den hast du aber. Schön. Jo, aber leider bin ich gerammt worden. Aber ich bin rechts, come on. Oh, ich konnte ihn nicht mehr richtig rumkriegen, schade. Macht doch nichts. Aber habe ich noch mal hier? Wichtiges Ding. Kein Boost mehr. Habe ich. Schön. Hast du einmal oder hast du immer noch den Boost? Ja, ich nehme den Boost mit. Okay. Oh, oh, nein. Es war jetzt ab, 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 okay. Ja, hier kann man das schon zum Beispiel richtig gut sehen, wie ich da Zweifel habe, soll ich draufgehen, soll ich Necor draufgehen lassen und letztendlich, ja, ist keiner richtig da und der Gegner hat den Ball. Und es ist eben Selbstvertrauen, das weg ist. Alles okay, alles okay. Schön, bitte. Super, super. Jo. Oh. Das ist hinten Mitte, aber okay. Alles gut, alles gut. Alles gut, ich bin zur. Ja, der kommt. Weg. Ah, nicht drinnen. Auch hier kann man super gut sehen, ich erwarte den Ball da vorne, will da eigentlich drauf fahren, stoppe aber dann doch nochmal ab, weil ich denke, oh, erwische ich den Ball oder eben nicht. Und das sind so kleine Sachen, die eben das ganze Ding ausmachen, dass wir eine Runde verlieren. Ich bin in der Mitte. Ja, warte. Jo, 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 jo. Mach mal rein. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Oh, schade. Mann. Wird gefährlich, aufpassen. Ja, ich bin. Hab ihn gerannt. Verdient. Du hast ein bisschen freie Bahn, so ein bisschen, aber nur. Ja, dann auch. Den kann ich vielleicht nehmen. Ja. Er war früher da. Hab ihn aber. Äh, 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 wie ich bin, äh, wie ich bin tot. Ja, der war ein bisschen aggressiv, pass auf, der beikommt. Hier nochmal, du, oh, oh. Aber ist drüber. Jo. Ja. Ah. Ah, sorry. Der ist weg, weil der andere will zerstören kommen, glaube ich. Gerade. Ah, den wollte ich auch nochmal irgendwie haben. Zerstört anderen Typen. Hab ihn gerannt immerhin. Ja, alles gut. Deiner. Den hab ich. In der Mitte. Ah, ja, 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 ja. Oh. Oh. Dann sind da drei Hände heute auf allen Ball. Okay, wir sind fertig. Ah, ich mach ihn mal so. Ja. Also ich wollte ihn nicht so nach hinten schießen, sondern ihn blocken. Aufpassen, ja. Ja, Mann, schön, super. Geil, 1-0. Ja, Mann, perfektes Ding hier. Ich höre anstrengend, das Match hier. Ja, das ist aber richtig anstrengend. Aber ich sag auch, Tokio ist auch die beschissenste, die du haben kannst. Ich hasse Tokio. Die ist nice. Wirklich nice. Ich hasse keine Ahnung. Du hast einfach keine Ahnung. Gib mir, gib mir Solty Shores oder gib mir irgendwas. Aber, aber gib mir nicht Tokio. Oder Farmstead. Alles, alles, alles nice. Einmal da vorne. Komm ich nicht, Alter. Danke. Oh, Leute. Ja, nee, also, irgendwie. Aber hast du noch? Schön. Ja. Oh, jetzt hab ich den weggerammt. Also, jetzt hab ich einen Rambo lustig. Ja, geil. Okay, bin Tor. Ja, kommt. Oh Gott. Ich bin vorne. Ja, bin tot. Bin wieder Tor. Ja. Das war gut. Ah, schade, hast du noch mal, ja. Ja, hat der auch noch mal. Wann wird's gefährlich? Noch nicht. Okay. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Vielleicht jetzt. Ja, deiner. Ich bin im Tor. Kannst gerne alles draufgeben. Schönes Ding. Weiter ein bisschen zu schwach. Aber es ist halt aus dem Stand her schwer. Ja, ja. Da Wumms reinzukriegen. Ich bin im Tor. Ah, schlecht von mir, sorry. Ja, und da ist eben vollkommen, dann ist das Vertrauen eben weg. Der Ball ist an der Seite. Da weiß ich so oder so. Ich hab ein paar Probleme damit, den anzunehmen. Und dann mach ich sowas hier und spiel ihm den Ball voll zu, dass er eine Vorlage hat. Also, es ist Momentum. Es ist einfach weg. Ich weiß nicht, was da los ist. Alles okay, hab ich. Schön gemacht, super. Den hab ich aber leider nicht, aber der ist tot. Okay. Oh, ich wollte den irgendwie berühren. Alles gut. War aber echt schwer an der Kante immer, diese Kanten-Dinger. Ah, war da kein Boost mehr. Aber die Bände kommen aber gerade wie Rotz. Kannst du liegen lassen jetzt. Nee. Alter, schwer. Ey, die Bälle kommen aber auch wie Rotz gerade zurück oder so. Weiß auch nicht. Irgendwie kann ich da gerade irgendwie Selfie nicht dran machen. Von da oben komm ich auch nicht mehr dran, leider. Ah, Mann. Egal, weiter geht's. 1-1 nur. 1-1, ey. 1-1. Ah, hab ich noch überhört. Ja, 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 ja. Schön gemacht. Super, ich bin vorne. Komm mal, jetzt bin ich nach vorne. Nee. Oh, der kommt gefährlich. Als ob der direkt reingeht. Ah, ich hätte so gerne einen Querpass gehabt oder irgendwas. So, ah, Mann. Ah, schade. Okay, ich bin, äh, Backroll hinten. Okay. Jo, nice, danke. Okay. Schön. Schön, schön, wieder alles gut. Immerhin. Weiter geht's. Konzentration oben halten, Leute, die letzten 40 Sekunden. Müssten hier nochmal reingebuttert werden. Aber wie? Aber richtig, aber richtig. Aber rein, ihr Bruder. Okay, okay, ich fahr nur nach. Okay. Gib ihn mir. Gib ihn mir auf den Stand. Ja. Ah, leider da nicht schnell genug dran kommen können. Oh, du auch nicht. Und der Ball ist noch nicht drin. Der ist gut. Nochmal. Ah, ich bin weg da. Mach du das mal. Okay, pass auf. Du nochmal. Ah, ich wollte den Typ wegrahmen. Ist weg. Schön. Alles gut. Oh, der hat mir den Blitz da geschafft. In den letzten Sekunden. Alles gut, ich geh dann drauf. Oder du bist drauf. Ich mach das hier schon. Komm, einmal rein. Oh, ah. Ja, konnte nur so machen. Gerade. Egal, egal. Overtime. Ich fahr drauf links links. Ja, 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 ja. Ja. Oh, schön. Schade. Ja. Ja, und das war es dann eben vollkommen. 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 Vielen Dank.